Hallo ihr Lieben, bevor es jetzt gleich los geht mit einem neuen Video von Modern Value Investing. Wie immer der Hinweis, dieses Video ist nur meine persönliche Meinung, welche auch total falsch sein kann. Ihr müsst euch immer eine eigene Meinung bilden und eine eigene Entscheidung treffen. Hi, ich bin Philipp. Willkommen bei Modern Value Investing. Ich weiß, manche von euch spielen Lotto, andere wiederum schauen Modern Value Investing und suchen nur Qualität zum guten Preis. Heute sprechen wir über Fresenius Medical Care. Wie gehen wir vor? Als allererstes schauen wir uns natürlich das Geschäftsmodell und die Fakten an, betrachten die aktuellen News und schauen uns die verschiedenen Strukturen an. Dann geht es weiter mit der Peer Group, den Segmenten, wir verteilen die Umsätze innerhalb der Segmente und natürlich auch in den Regionen weltweit. Dazu gibt es dann wichtige Kennzahlen und wir betrachten die Aussichten. Nach den Aussichten nehmen wir eine Einteilung nach Peter Lynch vor und handeln beispielhaft nach dieser. Wir ermitteln den Levermann und den Petrovski F-Score und zu guter Letzt gibt es wie immer ein Für und Fider, Pro und Contra, was könnte für und was könnte gegen eine weitere Betrachtung von Fresenius Medical Care sprechen. Fangen wir an mit dem Geschäftsmodell. Die Fresenius Medical Care AG und Co. KG auf Aktien ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse-Technik, einer Behandlung von chronischem Nierenversagen. Schauen wir uns die Fakten an. Das Unternehmen wurde gegründet 1996, hat eine Marktkapitalisierung von 21,29 Milliarden Euro und hat im Jahr 2018 einen Umsatz von 16,54 Milliarden Euro mit 114.000 Mitarbeitern erwirtschaftet. Wie sind die aktuellen News? Am 11.03. wurde bekannt, dass Fresenius Medical Care berichtet, Aktien für über 330 Millionen Euro zurückzukaufen. Dazu haben sie bekannt gegeben am 2.05., dass sie gut ins Jahr gestartet sind, der Umsatz klettert um 4% nach oben. Am 16.05. gab es die Fresenius Medical Care Hauptversammlung und hier gab es starke Aktionärskritik an der Entwicklung des Unternehmens. Wie sind die verschiedenen Strukturen? Hier betrachten wir Aktien, Chart, Dividenden und natürlich die Aktienrückkaufstruktur. Bei der Aktienstruktur sehen wir, wir haben starke institutionelle Investoren, z.B. Blackrock, die Vanguard Group, DWS oder auch die Norges Bank. Dazu haben wir aber auch noch das Unternehmen Fresenius, was ebenfalls im DAX ist, welches mit 30,7% an Fresenius Medical Care noch beteiligt ist. Beim Chart sehen wir folgendes. Ein Investment von 1.000 Euro vor 5 Jahren hätte uns gebracht eine Rendite von 41,7%. Sprich, aus 1.000 Euro werden 1.417 Euro. Bei der Dividende, hier ist das Chartbild von Finanzen.net etwas verzerrt. Die Dividende ist aktuell bei 1,17 Euro, sie wird einmal pro Jahr bezahlt und man hat eine Ausschüttungsquote von 18%. Aktienrückkäufe gibt es auch. Man plant Aktien in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro zurückzukaufen zwischen 2019 und 2021. Die 330 Millionen waren das erste konkrete Ziel oder die erste konkrete Aussage, die dazu getätigt wurde. Betrachten wir die Gesamtkapitalrendite. Die setzt sich wie immer zusammen aus dem Asset 26,24 Milliarden Euro und dem EBIT 2,15 Milliarden Euro. Macht eine Gesamtkapitalrendite von 8,19%. Bei der Peer Group haben wir genommen Davita. Wir haben einen Durchschnitt von 4,51%. Fresenius Medical Care ist mit 181% der Peer Group bewertet. Wir haben nicht weitere wirkliche Konkurrenten festgestellt. Habt ihr noch welche? Kennt ihr noch welche? Schreibt uns das in die Kommentare, weil dann könnte man vielleicht auch beim nächsten Update den Durchschnitt mal anpassen. Weiter geht's mit den Segmenten, in denen Fresenius Medical Care tätig ist. Fresenius Medical Care berichtet in Segmenten, die regional sind. Einmal berichten sie North America Segment, also Nordamerika. Dann EMEA, Europe and Middle East, Asia Pacific, der asiatisch-pazifische Bereich und das Lateinamerika-Segment in Latin America. Jetzt schauen wir uns an, wo die Umsätze erzielt werden. Und da sehen wir 72,4% der Umsätze werden in Nordamerika erzielt. Europe und Middle East macht 14,3%. Asia Pacific 9,1% und Latin America 4%. Verteilt auf die Welt kann man sozusagen nochmal sagen 72,4% Nordamerika, 25,1% Rest der Welt und Deutschland 2,4%. Jetzt tauchen wir natürlich nochmal ein in die einzelnen Segmente. Das Segment Nordamerika konnte leider den Umsatz nicht halten. Der Umsatz ging zurück von 12,88 Milliarden Euro auf 11,57 Milliarden Euro. Der Gewinn konnte aber ausgebaut werden von 2,09 Milliarden Euro auf 2,67 Milliarden Euro. Das Segment Europe und Middle East konnte den Umsatz von 2,55 Milliarden Euro auf 2,59 Milliarden Euro steigern. Dafür war aber der Gewinn rückläufig von 0,44 auf 0,4 Milliarden Euro. Das Segment Asia Pacific konnte den Umsatz steigern. Von 1,62 Milliarden Euro ging es hoch auf 1,69 Milliarden Euro. Der Gewinn konnte leider nicht Schritt halten. Er ging zurück von 0,31 Milliarden Euro auf 0,3 Milliarden Euro. Das Segment Lateinamerika konnte auch den Umsatz und auch den Gewinn nicht halten. Beim Umsatz haben wir einen Rückgang von 0,72 Milliarden Euro auf 0,69 Milliarden Euro. Der Gewinn ging zurück von 0,06 Milliarden Euro auf 0,03 Milliarden Euro. Insgesamt sehen wir folgendes. 97% der Gewinne wurden im Jahr 2018 im Segment North America erwirtschaftet. 12% hat Europe and Middle East gemacht, 9% Asia Pacific und nur 1% Lateinamerika. Jetzt schauen wir uns wichtige Kennzahlen an. Hier betrachten wir die operative Marge, den Free Cashflow, den Buchwert, die Zinslast, die Dividenden und das KGV sowie die Aktienanzahl. Bei der operativen Marge sehen wir, wir hatten ein Low im Jahr 2017 mit 12,9%. Ein High im Jahr 2011 mit 15,9%. Die Schwankung liegt bei 18,86% bei einer durchschnittlichen operativen Marge von 14,6%. Der Free Cashflow liegt aktuell bei 1 Milliarde Euro, im Durchschnitt bei 0,88 Milliarden Euro. Der Buchwert konnte ausgebaut werden, im Jahr 2009 lag der Buchwert bei 23,05 Euro, im Jahr 2018 war er schon bei 41,81 Euro. Wir haben einen Durchschnitt vom Buchwert von 27,68 Euro. Wie sind eigentlich die Zinsaufwendungen? Und da sehen wir, diese haben sich erhöht. Im Jahr 2014 waren wir noch bei 407, im Jahr 2018 schon bei 448, bei einem Durchschnitt von 429,4. Bei der Dividende und dem KGV sehen wir folgendes. Die Dividende hat einen Schnitt von 91 Cent. Für das Jahr 2018 hat man schon eine Dividende von 1,17 Euro erhalten. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote liegt bei 29,31 und das durchschnittliche KGV bei 19,51. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote liegt bei 29,31% und das KGV bei 19,51. Bei der Aktienanzahl in Millionen sehen wir, diese hat sich erhöht seit 2009 von 299 Millionen Aktien auf 307,9 Millionen Aktien. Diese ist auch leicht über dem Durchschnitt von 306,8 Millionen Aktien. Insgesamt sehen wir, die operative Marge ist aktuell 11% unter dem Schnitt, der Free Cashflow ist 14% über dem Schnitt, der Buchwert ist 51% über dem Schnitt, die Zinsaufwendungen sind 4% über dem Schnitt, das KGV Expected für 2019 mit 14,8 ist 24% unter dem Schnitt und die Dividende ist 29% über dem Schnitt. Wie sind die Aussichten? Und da sehen wir, der Umsatz soll zulegen, der EBIT soll zulegen, der Gewinn je Aktie soll zulegen und auch die Dividende soll zulegen. Analysten gehen davon aus, dass zwischen 2017 und 2021 der Gewinn je Aktie jedes Jahr um 4,35% im Schnitt steigen wird und die Dividende um 4,48%. Was würde eigentlich Peter Lynch sagen? Peter Lynch würde uns sagen, wir haben ein nicht-zyklisches Unternehmen, wir haben ein Average Grower, wir haben ein Gewinnwachstum zwischen 3 und 10% plus eine mittlere Dividende. Er würde empfehlen, betrachte doch mal das KGV und genau das machen wir jetzt. Beim KGV sehen wir, wir haben ein historisches KGV von 19,51, für 2020 erwarten Analysten ein KGV von 14,8 und für 2021 erwarten Analysten ein KGV von 13,4. Macht eine Bewertung für 2,20 von 76% und für 2021 von 69%. Obacht! Das Wachstum ist langsamer geworden, somit ist es auch völlig normal, dass das KGV jetzt geringer ausfällt. Wie hoch ist eigentlich der Levermann-Score? Und da sehen wir, wie immer als allererstes haben wir ein Small-, Mid- oder Large-Cap. Mit einer Marktkapitalisierung von 21,29 Milliarden Euro haben wir ein Large-Cap. Dazu gibt es eine Eigenkapitalrendite von 15,36%, 0 Punkte. Die EBIT-Marge liegt bei 14,12%, 1 Punkt. Die Eigenkapitalquote liegt bei 49,17%, 1 Punkt. Das KGV der letzten drei plus das erwartete KGV der nächsten zwei Jahre im Durchschnitt liegt bei 14,91, das bedeutet 0 Punkte. Das KGV für das aktuelle Jahr liegt bei 17, minus 1 Punkt. Analysten raten mehrheitlich zum Kauf, minus 1 Punkt. Die Reaktion auf die Quartalszahlen, 3,71% ging es nach oben, 1 Punkt. Die Gewinnrevision gab es, 0,46% nach oben, 0 Punkte. Der Kursverlauf der letzten sechs Monate, minus 2,9%, 0 Punkte. Der Kursverlauf der letzten zwölf Monate, minus 21,3%, minus 1 Punkt. Punkt Nummer 11, haben wir eine Trendumkehr? Nein, haben wir nicht, 0 Punkte. Punkt Nummer 12, verglichen mit dem Index, haben wir mal besser, mal schlechter abgeschnitten, das bedeutet 0 Punkte. Punkt Nummer 13, das Gewinnwachstum fürs nächste Jahr, hier rechnen Analysten mit 12,4%, 1 Punkt. Punkt Nummer 11, haben wir 1 Punkt nach Susan Nebermann, was bedeuten könnte, verkaufen. Jetzt betrachten wir, wie hoch ist eigentlich der Petrovski F-Score? Dieser betrachtet Profitabilität, Finanzierung und die operative Effizienz von Fresenius Medical Care. Steigen wir direkt ein, haben wir einen positiven Jahresüberschuss? Ja, das haben wir, 1 Punkt. Haben wir einen positiven Cashflow? Ja, das haben wir auch, 1 Punkt. Ist die Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr? Ja, das ist sie, 1 Punkt. Ist der Cashflow größer als der Jahresüberschuss? Nein, ist er nicht, 0 Punkt. Ist der Verschuldungsgrad gegenüber dem Vorjahr verringert worden? Ja, das ist sie, 1 Punkt. Ist die Liquidität dritten Grad höher als im Vorjahr? Ja, das ist sie, 1 Punkt. Ist die Anzahl der Aktien nicht höher als im Vorjahr? Nein, ist sie nicht, 1 Punkt. Ist die Rohmarge höher als im Vorjahr? Ja, das ist sie, 1 Punkt. Ist der Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? Nein, ist er nicht, 0 Punkte. Summa summarum haben wir 7 von 9 möglichen Punkten nach dem Petrovski F-Score. Lohnt sich eine weitere Betrachtung? Fassen wir noch einmal zusammen. Wie immer als allererstes? Haben wir ein verständliches Geschäftsmodell? Ja, das haben wir. Ist die Gesamtkapitalrendite akzeptabel? 8,19%, Peergroup 4,51%. Wichtig ist, habt ihr noch Kandidaten für die Peergroup? Schreibt uns das in die Kommentare. Haben wir eine Übersicht über die Segmente, in denen das Unternehmen Geld verdient? Ja, das haben wir. Nach Peter Lynch haben wir einen Average-Gower. Das KGV könnte bewertet sein mit 76% für 2,20 und mit 69% für 2,21. Der Lebermann-Score liegt bei einem Punkt, was bedeuten könnte verkaufen. Und der Petrovski F-Score liegt bei 7 von 9 möglichen Punkten. Jetzt habe ich für dich 3 Punkte, die für eine weitere Betrachtung von Fresenius Medical Care sprechen können. Punkt Nummer 1. Wir haben eine starke Entwicklung. Wir haben starkes Wachstum in den vergangenen Jahren gehabt. Dazu, der Petrovski F-Score erreicht 7 von 9 möglichen Punkten und die Gesamtkapitalrendite könnte bei akzeptabel in 8,19% liegen. Zwei Punkte, die gegen eine weitere Betrachtung sprechen könnten. Punkt Nummer 1. Der Lebermann-Score liegt leider nur bei einem Punkt, was bedeuten könnte verkaufen. Und das Wachstum flacht ab. Jetzt interessiert mich natürlich wie immer deine Meinung. Was denkst du über Fresenius Medical Care? Schreib uns das doch in die Kommentare. Wenn du links klickst, siehst du nochmal unsere Unternehmensvorstellung zu Fresenius. Und in der Mitte gibt es nochmal unseren Bericht. Zur Hauptversammlung von Fresenius im Jahr 2019. Denk immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwann einen Wohlmarkt. Wir werden versuchen, diesen zu finden und in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.